Rote Wurst ausprobieren. Jetzt nehmen wir Döner. Döner ist jetzt bald fertig. Jetzt nehmen wir Stadionwurst ausprobieren. TV Harlikofen. 2,50 Euro. Brötchen und eine Rote. Ganz normale Rote, oder? Mit Ketchup. Ketchup. Note 2. Das Krönchen war ein bisschen Zucker. Wie hat die Wurst geschmeckt? Ja, gut. Knackig war's. Schöne Farbe. Und ein Tor hast du aufgenommen.